Ich hab noch nie so eine Massen an Silberfischen gesehen. Das Problem ist, ein normaler Spieler hat ja nur die Chance hier, wenn du nicht fliegen kannst. Der wird sofort gekillt von diesen Massen. Ja, das stimmt. Das ist ja auch blöd dann. Aber man sollte mal ein schönes bisschen reduzieren. Wo kommen die ganzen Silberfische, Alter? Weiß ich nicht. Guck mal, ich bin wie der Rattenfänger von Hameln. Die folgen mir alle. Das müssen wir mal diesen Dings da... Wie heißt der? Simon? Ja, oder der andere. Jedern? Ja, bei Jedern ist nicht für die Programmierung zuständig. Ja, aber das müsste mal gesagt werden, weil das ist hier schon ein bisschen extrem... Mal sehen, wie viel Erfahrung die bringen. Ich trau mich nicht noch weiter runter zu gehen. Nein. Guck mal, guck mal, hier. Spawn schon wieder... Nee, das kann nicht normal sein. Nee. Also irgendwas passt hier mit der Programmierung nicht. Das ist einfach zu heftig. Einfach zu heftig. Soll ich schon mal meine Ausdruck nach Hause bringen, mich da in den Tod stirben? Alter... Na ja. Hast du das Video gemacht? Ja, ja, genau. Ich stopp das jetzt mal und werd das mal auf YouTube hochladen. Hahaha. Das ist mir gar nicht immer mal, ey. Ich brauche das Ding. Ich brauche das Ding.